Dass die alte Bürger Klimameile ist, finde ich wichtig, weil... Weil es uns alle betrifft. Wir haben nur diesen einen Planeten. Wir müssen nachhaltig arbeiten und wenn wir das als alte Bürger, als Vorreiter machen, haben wir auch eine gute Vorbildfunktion. Und jeder einzelne kleine Schritt führt zum Großen und Ganzen. Wenn ich für die alte Bürger einen Wunsch frei hätte, ein Wunschprojekt, das mir die Politik erfüllen kann, dann wäre das? Ein Einzelner. Eigentlich ist es ein Maßnahmenkatalog, den wir gerne vorlegen würden und sie sollten eigentlich das unterstützen, dass wir versuchen aus Eigeninitiative etwas zu machen, was natürlich unterstützenswert ist, weil wir daran nicht vorbeikommen. Aber ich glaube, einzelne Sachen zu erwähnen, wäre dem nicht gerecht. Drei Dinge, die jeder fürs Klima tun kann, wären... Fahrt Fahrrad. Ihr habt zwei gesunde Beine. Wenn ihr lüftet, macht die Heizung auf. Danke. 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 Danke.